Ich glaube, wenn du zu früh zündest, ist das jeder Draht. Muss man noch bis zu 0,01 warten oder so? Nee, ich glaube so 30 Sekunden oder so. Wie bei der Mikrowelle, ganz kurz bevor man auf 0 geht, ausdrücken. Fühlt sich wie so ein Bombenentschärfer. Oh mein Gott, ey, was machst du den ganzen Tag? Ich weiß nicht, warum die das so machen. Die wollen die Leute trollen, die da wohnen. Na, ist das der Richtige? Na, na, na. Ich habe eine scheiß Waffe. Innocent. Und wie lange das auf einmal ist, wenn keine Mucke hier läuft. Gell. Sollst du hier auch Mucke machen? Darauf haben wir alle gewartet, André. Danke, danke. Hello. Könnten wir mal den Goldblock suchen gehen. So, ich bin mit meinem lecken Arsch. Ich mache jetzt mal Team mit Pille. Okay, ich weiß noch nicht, wo du bist, aber... Oh, du hast Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, ey. Ja, mit einer Weife gegen den Shotgun auf jeden Fall. Ich bin nur in der Schaffungsphase. Oh, okay. Alter, wieso... Bestätigen. Samson, ich vertraue dir jetzt. Ja, wir machen ja Team, wo ist denn der? Weiß ich nicht. Ich schippe da auf in den Raum hier, weil der aufgehämmert wurde. Ja, da ist ein André drin und er schießt. Alter, André, die hat mich abgefunden, oder was? Ach, bis noch unten drin, sorry. Oh, schade, André. Danke. Was soll das hier denn? Weg. Schmacksschnitt. Lars, das wird jetzt doch bis dann... Ziemlich guter Schauspieler. Ich bin jetzt durch. Rauche. Ne, geht auch nicht. Ich habe gerade aus Versehen, ich habe gerade aus Versehen einen Markus gekillt. Aus Versehen, hm? Ja, aus Versehen, mit einer HE und zwei Discos. Okay. LOL, Pille! Warum hast du jetzt Markus kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Hey. Er kam da raus und war verrundet. Er hat kein Traitor gesagt, er hat kein Innozent gesagt. Fünfte Person, das ist sowas von KOS. Markus, sorry, ich wollte die eigentlich... Größer kann man an KOS jetzt schreiben. Ich wollte die eigentlich nach draußen werfen, die ist hier oben an den Klausern hängen geblieben. Ganz ehrlich, ich habe Samson vertraut und Dings gesagt, er hätte nicht weggebracht. Ja, ich war ein Verhältnis in dem Moment, aber ich hatte keine scheiß Waffe gehabt, wie du gesagt hast. War halt so, ne? Piss dich! Ich habe den Goldblock. Oh ja. Wir haben das Team ja schon gemacht, bevor... Überprüfen! Ja. Ja, deswegen... So, Pille. Du musst es aber nicht nochmal machen. Hm? Wir werden nicht nochmal machen. Ich mache jetzt... Okay, ich bin sogar Innozent. Geil! Pille bist du auch Innozent? Immer nur einer rein. Ja, ich bin... Nächste Gitarre. Pille, schnell, mach schnell. Pille! Nächster! Ah, sammeln her. Bin ich, bin ich hier oben leuchtend. Markus, vermissen du. Ah, hier. Markus, wir sind tief. Tisch jetzt hart und tief. Wer will als nächstes? Ich! Aber... Massenversammlung. Irgendeiner Wutzt ist eh hier rum. Spitfire. Der hat schon so lange gezögert. Wow! Ja, ich will nur den als erstes reingehen. Das hab ich gemeint, Jungs. So, und wer lebt jetzt noch? Wachter, es liegt schon um eine Leiche. Satisten... Pille war Traitor! LOL! Oh, Andi, du bist hier du kennst. Das ist überhaupt noch ein Wahlkollege. Wer ist denn sonst noch am Legen? Am Legen? Ja. Weiß nicht, wer am Legen ist. Nee, du kleine Mutter. Das ist der einzige, der sein dreckiges Judenmaul aufmaut. Weil es hat sich nicht zugegeben. Jude Bär Klaus. was ist esREAM jauais ist. WELCAS... Acheib dicat. WELCAS WELCAS Ich würde nicht auf die Idee kommen können. Oh. 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 Hä? Das war's noch dann. Boah, super. Ich würde nicht mehr Ruhe holen können, Pele. Sorry. Da steht nichts mehr zum Pleinen. ja premium warte scheiß wurfphysik hier krass voll krass gemacht 20 punkte hat der wunderschöner holen bei er sich mit mit diesen vier mich auch noch als ich das auch ja mit der unterrichtung der gefolge beitrag das wäre ich auch weg gewesen ein deutsch abgeschäft in dem raum drin schlimm schlimm ihr habt mich so sehr auch mal Ich hab ihn gerade da verlassen, deswegen hab ich auch nicht gesehen, was der Hannes ist. Ihr miesen Bastard, habt ihr mir gar nicht die Waffe dir weggesnickt. Der ist zu spät, kommt, wahr? Ja, ich weiß, wer du ne Hure bist, obi. Ich weiß. Miese kleine Scheiß, bitch. Da oben ist das nicht mehr ohne. Noch einmal den hier. Oh, wer ist hier bei mir? Ich hab keine Waffe, Andy ist bei mir. Mit einer Schrotflinte in deinem Arschloch. Da muss ich jetzt auch einer auf Schrotflinte holen, sorry. Feilschaden bekommen. Da ist ja noch einer. Aufzuwerfen. Wer ist denn hier? Rango. Huiiii! Ich lasse aber ab da. Huiiii! Kannst du mich bewegen? Andy? Andy! Hörst du auf? Andy schießt schon wieder auf mich. Ja. Mal ein Schuch, hab ich gesagt. Schellen können und missgestellt. Hast du Schaden gekriegt? Ja. Halbes Leben nur noch. Lebst du noch? Andy konfirm, sonst bist du KOS. Ja, mach ich auch. Wer ist denn, runter? Oh leu. Jawoll. Jawoll! Andy, du bist... Das war aus Versehen. Ach, Idiot. Er hat immer noch geschossen. Also es ist entweder ein Firefly. Oder ein... Entree. Entree, der drin ist. Entree, der drin ist. Im Keller. Markus? 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 Hilfe! Äh, Lars, bist du unten im Keller? Ähm... Was denn? Hä? Bist du denn? Ob du unten im Keller bist? Nee! Gut, dann ist ein André unten im Keller. Warst du eben unten im Keller? Nee. Ich hab doch die ganze Zeit da gestanden, wo du warst. Da ist auf jeden Fall einer im Keller. Wie sagt nochmal der Typ, ähm... Bei Shining, wenn er durchs Loch guckt? Hallo! Keine Ahnung. Äh, hier unten! Wer ist da denn? Ich kann... André sind... André... Ah! Captain Obvious. So, Lassie Boy. Where are you? Where are you? Oh Gott, wie schlecht! Oh Gott, wie schlecht! Oh lol, hab ich ja gar nicht gemerkt! Oh lol, hab ich ja gar nicht gemerkt! Oh lol, hab ich ja gar nicht gemerkt! Nein! Äh... Psychologisch... Au! Au! Natürlich ungünstig der Zeitpunkt jetzt für dich! Ich hab gar nicht gemerkt, wie du da ra... Bist du runtergesprungen? Ich? Ja, von dem... Von dem Leuchtturm! Nö, ich bin einfach rausgegangen! Ich hab... Ich dachte... Weil da unten wurde geschossen und ich hab dich... Also... Dann war mein Radar veraltet! Lars, weißt du, dass man mit der rechten Maustaste zoomen kann bei den meisten Waffen? Ja, aber nicht mit der... Shotgun, oder? Nee! Okay! Hei hei hei... Jabbatabudu! Ich hatte gehofft, dass du noch mal mit deinem Köpfchen durchguckst durch das Loch, Markus! Ich stand schon da, die ganze Zeit! Markus hat gerade eine Atman gemacht... Eine Lava! The floor is lava! Ja, da musste... Ringen! Ja! Lars, mach mal Team! Nee! Andi mach mal Team! Nee! Fuck you bitch! Scheiße! Dann kill ich euch jetzt alle! Kommst du hoch oder du runterkommen? Andi, ich komm hoch! Darf ich hoch, Andi? Krieg ich Asyl? Hast du Pille? Wow! Rango ist bei mir! Okay, ich auch! Warte, ich komme! Rango is it! Der hat nicht gesagt, dass ein Innocent ist oder so! Ja, die anderen ja auch mit, gell? Ich bin Innocent! Hupacent! Ja, komm! Ist mir scheißegal! Mach dir gut eurem Scheiß, wenn du kill weiter! Ey, ich bin da! Lars! Oh, hier ist Feuer! Mir ist trotzdem da oben zu viel Betrieb! Alter, wenn ich muss denn die ganze Zeit Discos runter! Pogo! Lars, mach'n Schuh! Andi, du hast gerade eine Granate runtergerufen! Ja! Jetzt habe ich versucht, eine hochzuwerfen! Weg da, ich hab' voll versagt! Ja, dann ist ein Andi da jetzt! Ja, Andi ist es auch! Alter, wo ist denn die ganze Zeit? Weg da, Markus! Lars! Ich geh'n bestätigen! Ja! Okay, Lars ist es! Oben ist noch einer gestorben jetzt! Pille ist es! Pille ist es! Pille ist es! Du bist es auch! Sorry, Lars! Teammitglied, tut mir leid! Ja, Markus muss es dann sein! Wo ist denn Pille? Die Situation ist einfach zu gut! Der war oben auf dem Turm! Der, äh?! Der war oben auf dem Turm! Ja, warte dann! Du bist echt in, o? Ja! Ja, wo ist Markus? Ich habe gerade auf dem Wichsel geschlossen da oben! Boah, wie leid! Ich muss alleine mit den zwei Haufen oben prügeln! Wer geht hin? Kommt außen rum! Kommt außen rum! Oh ja, auf dem Boden! Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist einfach so krass, wie Markus nichts macht die ganze Zeit. Oh, oh. Das ist ein gutes Versteck, muss man sagen. Oh, nee, der hat ihn gesehen, das war's. Ja. So geil, wie Markus die ganze Zeit nichts gemacht hat. Ja, ich hab gewacht, dass da einer hochkommt. Hast du nicht mitbekommen, wo die sich gebettelt haben? Nee, insoweit, mein verdienst. Ja, genau. Oh, Lars, tut mir echt leid. Ja, Pille. Äh, das gibt Rache. Okay, beim nächsten Mal Team, dann bist du dran. Tja, Andi wollte ja kein Team mit mir machen. Ach, hat's mal richtig. Ich hab's schon wieder in der Lava gefreckt. Was komm hier denn raus? Krass, man überlebt das echt, wenn man nochmal aus der Lava rausgeht. Hä? Wenn man direkt wieder aus der Lava rausgeht, überlebt man's. Bin grad mit 34, hab ich's überlebt. Ja, ist mir scheißegal, in unserer Perfairienphase kannst du halt trecken, wie du willst. Ja, klar. Ist aber nervig. Und du kannst keine Waffe einsammeln. Das ist das Negative. Hey, hey, hey. Innozent. Hey. Damsun. Das war nur Rache. War nur Rache. Okay. Lars, konfirmal bitte. Geht nicht. Wo bist du? Wo ist er? Spitfire? Ja, ich bin hier. Ja, Rango? So. Wo ist denn Lars denn? Banana Joe? What the fuck? Du bist hier unten. Wo ist denn? Ein Haar und Ding sind da hinten. Ja. Wo ist denn Lars? Wo ist denn Lars nicht? Alter. Ist immer mit dem Leuchtturm raschst du außen mal weg. Ich geh mal gucken, Andi. Achtung. Äh, stimmt. Nicht aus Reflex schießen, nur weil du jemanden siehst. Ich komm kurz hoch. Achtung. Ja, okay. Hier liegt schon mal der Goldblock auf jeden Fall. Okay, erste Etage schon mal clear. Okay. Da bist du, ne? Ja gut, da ist auch. Ja, bin ich. Hier ist auch clear. Ja gut, dann ist ihn hier schon mal nett. Ich geh mal unten rumgucken. Da könnte man noch spawnen. Das sind die kleine miese Bastard-Tore. Oh, ich warte wasch. Scheiße, stopp mir unten dran. Fuck. Jetzt hol ich ihn mir. Markus, du bist hier, gell? Nee, ich will das nicht. Ich glaube, er das tut, bist du. Ich bin nicht. Ich will das auch nicht. Jetzt läge ich ihn mir. Wo hast du, wo bist du denn? Oh ja, Andi, halt dein Maul, ey. Halt's Maul jetzt, Machat! Wer ist denn, Russ? Oh, ich hab nie gesagt. Groß Verinnerung, ja. Verwunderlich, Alter. Fuck you, Hu, fuck you. Weißt du? Ich bin nicht. Ich bin nicht, wirklich nicht. Du bist ja, wirst du das Arschloch. Da ist ein Andi in... Da ist ein... Ich hab ein Samsung gesehen. Da unten ist ein... Da ist ein Held drauf geschossen, und das ist ein Andi. Ich weiß nicht, wo ihr seid! Oh! Das ist nicht wahr, gell? Ich hab ein Wirkstück gesehen, ne? Das kann ich jetzt nicht wahrnehmen. Andi, du hast mich noch weggemacht, gell? Nein, du hast. Lars, aber ich hatte irgendwie Schaden von links bekommen, als wäre da einer von oben gekommen. Ja, ich bin da, ich bin in den Turm reingegangen. Du hast mich nicht gesehen. Achso, ah, okay. Bist ja noch ein kleiner Bastard. Kleiner Hobby. Haaren an den Füßen. Oder ein Zehnen. Mach mal wieder Teampille, oder? Ja, jetzt. Jetzt kann mal wieder... Lass mir mal meinen, Muni! Goldblock, Goldblock. Oh, jetzt hat er auf einmal ne Waffe. Dann gehe ich wieder weg. Yalalalalalalalalala! No send. Gra resign! Ich komme mit! Ich komme mit! Ich komme mit! Ah, ich bin dran! Meins, meins! Oh, Feuer. Da geh ich auch nicht rein. Bist du wieder im Tower, Andi? Das ist traditionell. Aber der Schießkommi weiß immer nur auf mich. Keine Ahnung. Halt immer ein Auge da oben mit. Wenn gleich eine Haare knallt, dann weiß du Bescheid. Der trifft eh nicht. Das ist ein Auge. Das ist ein Auge. Das ist ein Auge. Das ist ein Auge. Als wenn ich jetzt als erster Sterber dann mal da liegen. Das muss einmal hingehen. Mir ist hier zu viel. Oh mein Gott! Bist du runtergefallen? Auge. Geschieht dir recht. Halt immer mal, Lügen, Maul. Du bist gar nicht runtergefallen. Oh, Freude wie? Ja, deswegen bist du noch voll Leben und läufst mal um. 1,90. Umrum. 1,90. Das gefällt mir gar nicht, Tatiya. Ich bin trotzdem runtergefallen. Nur schon hab gedacht, ich hätte mir einen Schaden bekommen. Also hab ich nicht gelügt. Also Schnauze. Wie testet denn hier die ganze Zeit die Bramsche? Da ist grad einer runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Nein. Einmal nochmal in. Huhe. Ihr werdet! Philhe. Jawoll. Falls ich bin runtergefahren, Philhe. Oh Mann! Ich war eine super Position da oben. Das war so klar. Ich hab nur drauf gewartet das so anfiszisch. Aber ich habe nicht auf dich geschossen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich, du hast die ganze Zeit irgendwo einen Platz gesucht wo niemand ist. Ja, stimmt Aber das mach ich generell Ich bin nicht gern in der großen Gruppe da Ich schon, ich fühl mich da wohl Jetzt so ein Bitläufertyp, gell Ja